Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. In einer Stunde ist es soweit. The Sprawl hat einen Free Mint. Es gibt den NFT City Pass heute am 22.12. für The Sprawl. Free für 0 ETH zu minten. Das Game läuft auf der Ethereum Blockchain. Wahrscheinlich braucht ihr natürlich ein bisschen Gas-Fee. Wie gesagt, in einer Stunde heute um 15 Uhr unserer Zeit. Ich zeige euch jetzt gleich noch Gameplay und ein paar Bilder. Aber an dieser Stelle, Leute, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil es gibt immer wieder solche kurzfristigen Mint-Hinweise hier in meinem Channel. Und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann seid ihr auch immer up-to-date und verpasst sowas nicht. Also in einer Stunde ist es soweit. The Sprawl ist ein Massive Multiplayer Open World Metaverse, so sagen sie selbst. Und ihr seht hier ein paar verschiedene Bilder aus diesem Metaverse. Das Ganze erinnert doch so ein bisschen an vielleicht GTA aus frühen Zeiten. Wenn ich mir das so anschaue, sieht schon nice aus, so die ganze Grafik, wie man hier quasi über die Map steuern kann. Auch sonst, die Welt ist nice gebaut, aber so richtig, wie soll ich sagen, so richtig krass finde ich es jetzt auch nicht. Also das ist okay und wenn es auf Blockchain läuft, bin ich einfach gespannt auf die Economy und auf die Player, die das da reinzieht. Hier noch ein paar verschiedene Bilder aus The Sprawl. Insgesamt ja, ein nices Konzept, sieht nice aus. Ich bin auf die Umsetzung gespannt, aber grafisch bin ich gerade durch Illuvium jetzt zum Beispiel schon ganz andere Standards gewohnt. Aber trotzdem, ich lasse mich überraschen, wie The Sprawl so wird und vor allem ist der Mint heute free. Um 15 Uhr unsere Zeit in einer Stunde. Wie gesagt, 0 ETH auf sprawl.com. Ich verlinke euch das Ding unten. Es gibt zwar eine Whitelist, aber die ist nicht over allocated. Also es gibt noch Platz nach der Whitelist. Wie gesagt, um 15 Uhr ist der Public Mint, aber nur ein NFT pro Wallet. Es wird trotzdem sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Also der Mint wird ganz schnell beendet sein. Deshalb macht euch darauf gefasst, dass das verdammt schnell gehen wird. Ich wünsche euch viel Erfolg. Leute, haut rein.